Kalle, wo bleibt der denn wieder? Junge, Kalle, hörst du mich? Nee, ah, da ist er ja. Ah, was ist denn los? Moin. Hör mal, wie geht's? Ah, geht's. Ich hab schon bessere Zeiten. Müde, müde, müde. Ja? Ah, schlecht geschlafen. Komm, Junge, wir müssen zum Training. Hör mal, guck mal, wie du da aussiehst, Junge. Du kannst ja nicht zum Video drehen. Komm, hab zum Sport. Jetzt noch Training? Komm, Junge, hör auf, Alter. Ja, was ist denn? Das ist die Mädel. Kommt damit. Komm, willst du den Espresso? Ja. Komm, Junge. Ich kenne eine gute Adresse. Kommen Sie mit? Ja, sicher. Okay, dann zieh ich mir nur kurz in die Jeans an, ja? Ja, komm, Junge. Ist ein bisschen feinerer Laden. Ja, komm, Junge. Komm, Junge. Aber fein muss doch das jetzt nicht sein. Aber ein guter Espresso. Hab ich hier nicht gedacht, Junge. Junge. Kalle. Kalle, Junge. Sofort. Erst hier die Dame. Junge. Wenn du bei der Elvis da vorne hast. Ja, komm, Junge. Ich muss erst mit dem Gymnasium ein Foto machen. Komm, Junge. Esst beim Pferd jetzt. Komm. Esst beim Pferd? Komm mal, der Käppchen war nicht schlecht, oder? Jetzt bin ich wieder auf dem Dampfer, Junge. Ja, ich auch. Vorlauf im Dampfer mit besoffener Kapitän. Das hast du mir schön gesagt. Jetzt sind wir die ganze Zeit über die Straßen gelaufen. Ich hab mich richtig unwohl gefühlt. Ich bin schon total platt gewesen. Gott sei Dank. Jetzt wieder Marmor unter den Füßen. Die Leute drehen durch. Nein, ich drehe durch, wenn er uns sieht. Seht ihr? Wir in Italien trinken die Leute zu durch. Komm, Junge. Wir sind weiter. Komm. So k estavam das. Guck mal, du liest doch hier in diese Marke, die Hemdchen da, die du gerne trägst, oder? Hier auf die Brille. Ja, ja. Das trägst du doch immer, oder? Komm rein, der. Du musst immer noch ein Jahr rein, oder? Ja, komm Junge. Kommt der Warte. Komm Kalle, schenk doch mal ein Brüderchen Pari was. Ist auch gut für dich. Jo, wer brauchst du denn? Ist auch gut für dich. Kommt, ist auch gut für dich. Ey, die läden den Miner, die weifen den Boss, alter. Dann kann man Anwalt einschalten. Ja, geht also weiter, komm mal her. Dasselbe Modell hatte ich doch bei Dias Maximus auch mal drin. Warte. Diese ganze Mailand-Modell-Kacke, hier ist alles... Sieht doch alles aus meinem Style. Hier Kalle, übrigens, der Mok hat auch hier seine Marke. Hood by Air. Weil er immer seine Hood ist in der Luft, under the bridge. Jetzt bei Hood by Air, ja. Macht Sinn, Bruder. Ja. Wurste sinnig, ne? Wie wärs mit dem Jäckchen hier für dich? Das ist nur eine Offiziersjacke hier. Mit, mit. Hör mal, vorhin. Weil ich dir empfehlen kann. Weil ich dir verkaufen kann, für die Zukunft. Wenn ihr bei uns beiden mit Repp nicht mehr läuft. Hier, der Mantel. Das ist das Modell. Da kannst du dir hier, die ganzen gefängten Rolex rein tun. Hier die Drogen. Oder auch der klassische Triebtäter-Mantel. Da geht auf jeden Fall wieder rein. Hier. So, hier. So, hier. Hör mal, wir beim Hinterkopf, gell? Ja, ja. Und alle Wheeldealer da draußen lieber nach Holland fahren und was rüberschmuggeln. Wenn ihr wirklich safe sein wollt, dass euch keiner anhält, und keiner checkt ihr habt was dabei, empfehle ich euch diese Tasche. Komm, ich probier die mal an. Oh mein Freund, wie war die Hose? Hatte nur zwei Hosenbeine. Da sieht man riesen Schlangen, die sich alle anstellen um zu lutschen. Das ist im Prinzip dasselbe wie bei der JPG-Tour. Januar übrigens. Große Tour. Kommt alle vorbei. Fosselbanger live on stage. Fossel wie dieses. Wie ein Neck. Vielleicht. Ich glaube nicht. Du denkst nicht? Ich habe nie gehört von diesem Mann. Was ist sein Name? Ferrit Ben. Ferrit Ben. Er hat einen Freund? Ja. Ich weiß nicht. Er hat einen Freund. Ich glaube nicht nur ein Freund. Ich meine, das könnte wirklich sehr... Ich glaube nur ein Freund sein. Ich glaube nur ein Freund, richtig? Ja. Ja. Let's go. Okay. Freunde. Wurstelbanger haben viel Spaß in Italien. Für alle die Dachten der Affen-Therauter ist vorbei. Wie geht das richtig los jetzt hier? Komm Junge. 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 Hier haben wir eine Dünner-Lanzerei. Nur bisschen falsch geschrieben. Und JWG3 ist wie ein Zirkus auf Tour. Denn wir fahren in andere Städte um uns zum Knochen. Zum Jochen. Komm Junge. Komm Junge. Was hast du eigentlich von der Macht control? Nichts. Was? Weil da das Wort Macht drin steckt. Was da ist, sorry? You know where the big dome is? It's a big dome. And in my pants. Guck doch mal auf der Wallis. Du kommst da, ne? Guck mal da bist doch Turbos hier. Guck mal die Felle. Guck mal die Felle. Guck mal die Felle. Guck mal die Turbos von den Jungs hier. Guck mal die Turbos von den Jungs hier. Guck mal die Turbos oder was? Guck mal die Turbos. Guck mal die Turbos. Guck mal Farid. Ja. Ich hab da nur so einen neuen Künstler im Auge. Ah und? Ja eventuell sein. Ich hab dem Pippen mal den ersten Vertragseitwurf geschickt. Und? Sag der mir, ja bin ich nicht so ganz zufrieden mit. Ist mir ein bisschen wenig. Hör doch mal bei dir dann immer bei Bängermusik. Hab ich dich auch so beschwert? Gerade das ist häufiger passiert. Hab ich schon bei Bängermusik eine Sache gelernt. Und das geb ich auch jedem eigentlich immer mit. Lehrjahre sind keine Herrenjahr. Guck mal da sagst du was. Den merke ich mir. Da. Da. Das ist dein Vater. Ja. Sauerjohn. Sauerjohn. 1. Dezember. Jawohl. 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 Was war das nochmal Bruder? War da? Weihnachten oder was? Ne. Fast. Noch besser. Sommi Junge. Ginziger. Was war das noch? Ich glaube, es kommt ein Gedächtnisarbeit in mich berichtet. Hast du Hunger? Irgendwann war mit Geschenken aus dem Sack. War das nicht Weihnachten? Junge, lass mich nicht im Stich. Was war das? Ich komm denn da drauf. Guck doch mal wer das hieß. Wer ist das nochmal? Ja, kennst du ihn nicht mehr? Warte mal. Boi Boi Dabik. Hast du ihn schon vergessen? Boi Boi Dabik? Boi Boi Dabik. Richtig. Der alte Jugoslaw hat natürlich auch in Mailand seine Spuren hinterlassen. Ja, da staunen sie. Da staunen sie. Boi Boi Dabik. Boi Boi Dabik, ladies. Boi Boi Dabik. You wanna know about Boi Boi Dabik? You know what he is called Dabik? Ich rede Deutsch. Ach, ihr redet Deutsch. Ihr redet Deutsch. Italien aber alles von der Deutsch und Schweizer. Da kann ich mich sprechen. In Deutsch. Hättet ihr zu Hause bleiben können. Ja. Wollt ihr mitmachen? Nein. Schade. Ich hab nämlich hier noch eine Hauptrolle zu vergeben. Guck mal, Farid. Bist du eigentlich noch Bahn unterwegs, ab und zu? Ja, am Wochenende vielleicht mal. Und? Sechs Uhr morgen. Und? Sturz, Betrunken. Und? Ich hab echt gelangen. Weißt du, was die Frau immer zu mir sagt? Ja, Fatsaki. Komm Junge. Ja, und dann kann man zum Album vielleicht... Psst. Ist der Mock, Kasper? Psst. Guck mal, diese Wand hat mehr Gesichter als Kollegah der Boss. Guck mal, die du nicht. Ich hab' das gemacht. Und ich hab' das gemacht. Und ich hab' den einfachen Menschen auch immer... ein bisschen Geld. Das ist ein bisschen Geld. Ja, ein paar Postings, zwei, drei Postings, aber die zahlen nicht gut. Zwei Millilie im Monat, was sagst du? Machen oder nicht machen? Ich gebe dir einen Ratschlag, Jungs. Lieber den Spatz in der Hand als die Taubung am Dach. Leute, ihr macht das hier. So, und das ist jetzt hier ein Platz, wo viele Touristen sich rumtreiben, wie ihr das schon seht. Denn hier stehen viele Gebäude. Da steht zum Beispiel der Kölner Dom. Und auch hier hat man wieder den Ehrenmann des Jahrtausends Boy Boy da Big ein Degmar gebaut. Boy Boy da Big, ist das ein Begriff? Ja, natürlich. Boy Boy da Big. Boy Boy da Big, ganz genau. Richtig. Boy Boy da Big, einer der angesehensten Männer. Mehr Menschen als Geschicht. Bruder, Sisko. Hey, Sisko, lass mal ein Foto machen. Hör mir, sorry. Willst du eine Foto machen? Hier, mit der Kamera, der macht das. Klasse. Du kannst mit der Kamera, mit der Sisko? Ah, der Fakul. Ja, danke. Danke, man. Danke. Wir lieben Tang San. Kölner, was ist denn los mit dir? Komm, Junge, wir müssen weiterkommen. Nein. Horrid, wir sind jetzt 10 Minuten gelaufen. Wir tun die Beine weh. Und du musst mir einen Kater. Hast du recht, sorry, Bruder. So, ganz wichtig hier. Kein Beintraining. Wie kennt das? Ist ein bisschen kalt geworden. Ich werde ein Sweater mal drauf. Die Beine weiten hier alles, was wir machen. Guck mal, das sieht doch original aus wie die JPG-Box. Ja. Ja. Das ist ein Wichser. Tschüss. Komm mal, Kollege, tapas. Die Ställe Latten im Zaun. Warum? Komm, was brauchst du dann wieder für Bizeps-Plötchen? Ich sag mal so, der 46 muss bald stehen. In Rom wurde auch nicht ein Nachtrag erwartet. Hast auch mal wieder recht. Guck mal. Lüssig. Dankeschön. Weiter sehen. Tschüss. Tschau. Farid, wie läuft's eigentlich bei dir mit Sponsoring, Testimonials? Wann ist da los bei dir? Kein Angebot im Moment. Warte mal. Ich hab ja letztes Mal hier mit dem Kebab-Mann, der Ali. Gibt's den noch? Ja, sicher. Haben wir da ein paar Postings da bei sich. Können wir da immer umsonst essen? Kann ich auch so viele Leute mitbringen, wie ich will. Ja, aber willst du das echt machen? Das ist doch nichts Großes, oder? Ja, auch ein kleiner Bruder. Löscht den durch. Ja, gut. Hast du den Bruder auch wieder recht, Bruder. Den merk ich mir. Jetzt werden wir den Mittagessen gemacht. Das schaut aus. Ja, genau. Sehr gut, Jörg. Und merkt euch bitte eins, Freunde. Ihr wisst, der OPG 2 wurde heiß erwartet wie der Klimawandel. Und der OPG 3 wird richtungsweisend kleiner. Wie Touristenreiseleiter. Ja. Geht aber ab ins Sack. Ich bin nur für da. Ich hätte ja gerne den beim Wenger Freund gesessen, aber es ist immer dasselbe im Flieger. Der eine muss links, der andere rechts und rechts. Und rechts Stabilisierung ist Gleichgewicht. Das ist die Anordnung für uns. Ja. Ja. Hör mal, Farid. Ich würde gern pennen. Ich bin eigentlich voll müde. Aber ich kann so schlechte Flugzeugen pennen. Soll ich denn eine Gute-Nacht-Geschichte freuen? Hast du eine am Start? Immer. Da bin ich sehr dankbar. Okay. Ja dann. Komm mal aufmerksam zu, bitte. Ja. Deutschraps größtes Gipfeltreffen ever. Und der Live-Auftritt, bei dem sie den Titeltrack performten, zeigte genau das, was man von einer Kollabo zwei der besten, die es je taten erwarten kann. Punchlines, Ansagen und atemberaubende Back-and-Fort-Parts. Und Junge, jetzt fühlst du dich schon besser, oder? Junge, Espresso, Bruder. Ja, mach ich schon. Komm Junge! Ich mach es! Komm Junge! Komm weiter! Komm Junge! Vorsache! Komm! Komm Junge! Komm! Komm Junge! Komm! Gib alles Junge, schneller! So Jun, Zeit! Okay! Komm Junge! Komm Junge! Komm Junge! Komm Junge! Komm! Komm, hin Regen! Komm Alice! com aslında Tänk! Wirítulo 7 in Berlin!